Was war denn das jetzt für eine Aktion? Doch, ich könnte jetzt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Aber da ständig den ein und denselben Satz. So, Mauer. Rad. Rad. Hm. Mauer. Rad. Kapitel Lorien. Nur mal Rad. Wenigstens funktioniert eins der Hoverräder. Ah, lass mich raten. Diese Mauer reicht doch nicht etwa um die ganze Stadt, oder? Tja, das sieht aber so aus. Sag mal, kann ich... Es hält kaum an der Achse. Es hält kaum an der Achse. Ja, wäre es möglich, dass ich das wegkriege? Und dann über die Mauer fliegen kann, sozusagen? Okay, gut. Das könnte nützlich sein. Denk nach, Marty. Denk nach. Rad. Nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hover-Systems lose. Habe ich was Praktisches? Eigentlich nicht. Und wo ist dieses hässliche Muttiereissen? Mauer? Diese Mauer reicht doch nicht etwa um die... Doch, tut sie. So, sorry, dass ich jetzt gerade abgebrochen habe. Ähm... Ich weiß gar nicht. Ich habe... Wart mal. In diesem Notizbuch stehen Docs sämtliche Notizen zur Zeitmaschine. Ich bin von Docs Genie fest überzeugt. Ich bin auch schon mit ihm durch die Zeit gereist. Ja, das muss man bedenken. Äh, das sollte ich besser ständig bei mir haben. Ja, ich wollte das ja eigentlich auch nicht... Äh... Tod. 15. Mai 1986. Das Datum stimmt, aber... Das ist nicht gut. Nein, das ist jetzt nicht gut aus. Ach man, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal Docs Zeitmaschine zerstört. Man sollte mich einfach nicht mehr an Steuer lassen. Ähm... So, mal übersehe ich gerade was, oder... Jetzt nachdem es demontiert ist, sieht es aus als wären die Stromkabel des Hover-Systems lose. Ja, aber ich kann doch mit den Kabeln gar nichts machen. 1986. Ach so. Das einzige, was ich mit dieser Zeitung anstellen werde, ist sie zu recyceln. Ja, ja, ja. Das war jetzt eigentlich auch nicht... Naja, ich weiß nicht. Äh, warte mal ganz kurz. Objekt untersuchen. In Welles Verbrechensrate niedrig wie nie. Kein Witz. Okay, leider Gottes sehe ich nicht, von wann ich hinaus aber das ist eigentlich auch relativ... Äh... Ich weiß gerade... Nein, Hinweise, was bisher geschah. will ich das jetzt alles vorlesen? Nein. Warte mal ganz kurz. Warte mal. Mali und Doc haben richtiges Pech mit dem Versuch, die sie in Hill Valley des Jahres 1931 verursacht haben. Sie dachten ja, sie hätten alles in Ordnung gebracht, indem sie für die Verhaftung Ketennens und die Auflösung seiner Verbrecher-Syndikats gesorgt haben. Der junge Emmett Brown scheint wieder seinen wissenschaftlichen Bestrebungen zu folgen. Martins Großvater ist gesund und munter. Haben sie etwas übersehen? Irgendwas stimmt auf jeden Fall immer noch nicht. Martins Not landet in einem schönen neuen Hill Valley. Doc und Einstein sind während des Sprungs ins Jahr 1986 verschwunden. Martins muss das Schlimmste befürchten. Anscheinend wird Hill Valley in dieser alternativen Zeitachse von einem ersten Bürger Brown regiert. Es ist Doc. Zumindest eine verrückte Version seiner selbst. Martins muss diesen Bürger Brown finden und ihn davon überzeugen. Martins wird der Rückkehr ins Jahr 1931 sich zu helfen. Wäre das die Fortsetzung dann in Teil 4? Na gut. Wollen wir sehen. Weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ja, ja. Ja, aber was will ich denn mit dem Ding anstellen? Wird es tatsächlich Zeit, dass ich hier mal Kapuja oder DeLorean? es gibt nur die Mauer? Also ganz ehrlich, ich, äh, aber es braucht Saft. Ach, ne, wirklich. Die Energie bekommt die Zeitmaschine von irgendeinem Baumteil im Motorraum. Oh, ohne DMC. Äh, 12 hat seinen Motor hinten. Aha. Moment, okay. Das lässt sich nicht einfach wegpolieren. Hoffentlich gibt's hier etwas Verwertbares. Ja. Das lässt sich nicht einfach wegpolieren. Will ich doch auch gar nicht. Warte mal. Das lässt sich nicht einfach wegpolieren. Heißt was? Okay. Das Einzige, was ich mit dieser Zeit habe. Ja gut, das kennen wir schon. Hm, also Notizbuch werde ich sicherlich nicht vergewaltigen. Ähm, und das Foto Abschluss vor... Nee, glaube ich nicht, oder? Das sieht dort nicht gut aus. Ja, natürlich. Es lässt sich nicht einfach wegpolieren. Hä? Okay. Ich muss gestehen, ich muss noch zuhören nach der Batterie. Ja, das habe ich doch... Okay. Darf ich getrost versuchen zu verzweifeln? Was ich mal nur so, äh, ne? kaputte DeLorean. Ich verstehe das gerade nicht. Nee, das macht keinen Sinn. Äh, nee, oder? Die haben ein neues Be... ein neues Be... eine neue Bewegungsmöglichkeit? Okay, das ist mir jetzt gerade... Das war jetzt Zufall, als ich das entdeckt habe. Linke Monster-Taste gedrückt halten. Na, müsste fusion. Und dann in die jeweilige Richtung bewegen. Äh. Atomreaktoren reparieren ist nicht wirklich meine Stärke. Vielleicht ist da noch Garantie drauf. Rein theoretisch müsste da noch echt lange Garantie drauf sein. Ja, ja, ja. So, ah, da ist die Batterie. Die brauche ich. Ah, jetzt, deswegen kam ich auch einfach nicht drauf klar, weil ich nicht wusste... Hä? Das war doch in den ersten zwei Teilen nicht so. Jujo. So, dann einmal die Batterie bitte schön am Rad. mal sehen. Rot ein Minus, schwarz am Schluss. Rot ein Minus, schwarz am Schluss? Hä? Tschüss, Heifen. Okay, Doc, mal sehen, in was für einer abgedrehten Zeitgeraden ich dieses Mal gelandet bin. Schild am Arsch, aber wir sind immerhin über der Mauer drüber. Tja, aber wie sieht denn dieses Städtchen denn nun aus, wenn es hier so gar keine Verbrechen geben soll? Dann müsste das Ganze jetzt ziemlich idyllisch aussehen und ähm... Okay, Marty, hab keine Angst. Das ist nur ein paralleles Hill Valley, in dem deine Freundin zu einer Punkrock-Vandalin mutiert ist. Das heißt nicht, dass es hier postapokalyptische Motorradgangs gibt, die von Biff-Klonen angeführt werden. Atme tief durch und denke daran, dass wir Doc finden müssen. So, einmal tief durchgeatmet. Und... Sieh doch ich seh jetzt gar nicht mal so schlau aus. Was? You could be äh... Citizen Blast. Aha. Valley... Was war schon da? Valley Bureau of Discipline? Ah, das ist der Garten. Achtung, Rüster! Mit dem Lächeln gesiegen, es ist wir sind hier also in einem futuristischen Hill Valley gelandet. Es ist so, so, sauber. Guten Morgen, Bürger. Ihnen ebenfalls einen guten Morgen, Bürger. Ich übergebe mich gleich. Ich weiß nicht, ob es Ronja Räubertochter war, aber es gab auf jeden Fall mal einen Film, da war es so ein kleines Weiß und du hast immer gesagt Pfui, Pfui. Irgendwie denke ich daran, wenn ich dieses Städtchen sehe. Ich weiß nicht, ich komme mir so ein bisschen übertrieben hygienisch rein vor und ich habe so ein bisschen eine Befürchtung, worauf wir hier stoßen könnten, aber schauen wir mal auf die nächste Folge, würde ich sagen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wenigstens funktioniert eins der Hoverräder. Hoverräder. Vielen Dank.